wie das aussieht was denn holo das sieht durstig aus warte mal ich muss aber das erste mal hin machen ich glaube oder ja genau wie komme ich da rüber kann ich nicht weiter geht es nicht komm ich dann da rüber oder kann ich gerade machen du musst versuchen wenn ich so gerade mache ja vielleicht geht es ja ich muss da was gießen klatschen ja wartet doch ein bisschen irgendwo ist da muss ich das schaust du ich glaube du musst mal gießen ja ich schau gleich schaust schaust hast du das gehört holo hast du das gehört holo hast du das gesehen habe ich schaust du das schaust 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 ich bin schon wieder tot wie das denn du sollst ihn halten hab ich doch ich habe zu viel noch mehr gesellschaft schaust 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 ja jetzt bin ich wieder down jetzt geht es ja nicht sei will de 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 finan eyeshadow der schare dauernd von Alright ja wieso lauscht die immer dorthin wo er hinschießt Ab in. Wo ist denn er? Erwischt! Erwischt! Moment! Der ist er weg. Ah, schade. Bin ich wieder weg. Ab in. Na wist. Na wist. Ah. Und daum nie gegangen. Du auch? Ne, du. Jetzt bin ich daum nie gegangen. Zum zweiten Mal. Doch, solltest nicht sterben, wenn ich weg bin. Ja. Was soll ich tun? Ich kann sich ändern. Überleben. Oh, weh. Ja. 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 Du 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 duu Ach Gott! Warum komm ich mir da Dings ab? Noch einmal! Und. Gestorben. Ich bin schon als dritte oder das vierte mal gestürmt. Mhm. Ah, jetzt kommt irgendwie keine Baumstümpfe mehr. Nicht gestorben. Auch ein bisschen Charter hat er schon. Die ganze Zeit ist gut gegangen. Hm. Jawohl. Verdammtes Unkraut. Verdammtes Unkraut. Hast du gesehen, Rose? Er hat schon wieder gekäbelt mit mir. Hast du das gehört? Hast du das ganz genau gehört? Hast du das ganz genau gehört? Wenn er stirbt, darf ich nicht sterben. Warum komm ich da nicht durch? Wo bist du reingegangen? Das war doch nur ein Späßchen. Wo bist du reingegangen? Rechts, links, rechts, rechts. Ach, da. Rechts, links, rechts, rechts. Oben oder unten? Was denn unten? Mal nachschauen, was unten ist, Ulu. Wolle ich nachschauen, was unten ist. Hm. Okay, nein, da brauche ich dich. Ein Minispiel. Da ist nämlich ein E-Rodl, äh, ein Reh, äh, ein Reh. Ein Reh. Äh, bist du jetzt? Oh, der Herr. Was? Das sieht super bequem aus. Das sieht super bequem aus. Wo bist du? Im Duschen. Ah, du bist unten. Du hast Entspannung in... Eih, 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 eih. Du hast Entspannung in... Eih, 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 eih. Ah, etwas Wasser für meinen Kopf. Mh. Sicher gut. Eih, 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 eih. Oh, was die war gerade für dich gehört. Jo. Na, du schaust mir beim Duschen zu. Was soll das? Eih, 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 eih. Tja, das war auch echt nötig. Oh, ich könnte stundenlang hier bleiben. Du schaust mir beim Duschen zu. Eih, 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 eih. Nö, nicht zu beten. Weiches Gedanken. Ich suche meinen inneren Frieden. Angenehm. Mh. Denk halt, das war... Jo. Eih, 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 eih. Eih, 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 eih. Ich liebe diesen Ort. Meine Füße sind im Eimer. Eih, 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 eih. Eih, 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 eih. Eih, eih. Eih, eih. Eih. Eih, eih. Das geht's nicht, das geht's nicht. Aber ich war... Aber ich war alles trotzdem. Nur so zur Info. Vielleicht fängst du dir bei mir ein, zwei Spritter ein. Ist mir leid. Ah, nein, nein, etwas höher, etwas höher. Nein, 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 nein. Tiefer, tiefer, nein, höher, höher. Oh, meine Gelenke... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Was macht ihr? Ach. Ich hab mich immer gefragt, ob das liegt. Oh Mann, ey. Es ist unangenehm, aber gleichzeitig auch wohltuend. Ja, weiß ich. Wie das aussieht. So, und jetzt? Das ist komisch. Das ist komisch. Einatmen. Und ausatmen. Ausatmen. Und nun? Ich fühle mich, als würde ich schweben. Okay, dann schwimmen wir weiter. So, und jetzt? Jetzt geht's wieder raus. Was ist stockst und schweben? Was ist stockst und schweben? Ach. Und jetzt ein bisschen. Und jetzt? Oh. 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 Du dumm 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 Das ist die Königinchen. Hm. Hm. Das ist süß, was? Hm. Ein Mann mit Gefühlen. Alles ist infiziert. Ist das nicht schön? Beseitige die Infektion und bring deinen Garten wieder zum Blühen. Ja, du hast recht. Na komm, wir müssen es aufhalten. Na komm, wir müssen es aufhalten. Na komm, na komm. Na komm. Na komm, oder? Na komm. Na komm. Du siehst mal jetzt. Wird ich nicht. Ähm. 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 Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. So langsam habe ich den Dreh raus. Warum? Geht so aus. Ja, oder? Vielleicht hast du ja doch einen grünen Daumen. Neee. Ich stehle da nur einfach gern an. Oh ne. Und doch. Okay doch. Zum Glück sehen wir uns. Was müssen wir da machen? Wir erst um springen, lernt hast du. Springen und springen. Okay. Schaukeln. Wir müssen schaukeln. Und wer kommt am weitesten von uns beiden? Hoppala. Ich bin schon wieder. Das war weit, Hulu. Schwingen und springen. Das war sehr weit. Ich habe mir nicht mitgemerkt, was ich drücken soll. W, S und Leertaste zum springen. So. Nochmal. Na komm. Binderschütter. Zug vorbei. Leertaste und... Erst W und S. Die ganze Bergunk correlation aus dem Gebiet bekommen hat. Das war so nice, 63 Meter. Noch mal, noch mal. Wie hast denn das gemacht? Was? Wer ist denn das jetzt gemacht? Äh, ganz normal. Wie ganz normal? Mit Steuerung oder was? Nee. B.S. und Springen. Bereit abzuheben. Ah. Jetzt hast du gewonnen. So sinnlos. Äh, wohin? Ja, zurück. Genial, genial. Kann man da eh nix zum hinmachen? Bist du sicher? Nö. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Lass doch die Pflanze in Ruhe. Niemals. Niemals. Juhu. Oh man. Oh man. Ich fähre einmal dann überhaupt hin. Da hoch. Da rüber. Na mach auf. Mach ich doch. Sie ist doch. Sie ist doch schaufen. Da geht's weiter. Oh, da ist wie das sowas. Mit nem Schild. Da sagt er hat nem Schild. Oh. Die arme Spinne. Ich halte nen Schild. Verschwinde. Ich hab eine krasse Sprosse aufgemacht. Langsam wird das Ding müde meh. Mach weiter so. Au. Oh. Sag einmal, wie wir kippen sind da. Genug. Ich komm nicht durch. Ich hab so ein Schild. Das sind noch mehr. Das sind noch mehr. Oh mein Gott. Pass auf, Cody. Wir kommen noch mehr. Das sind noch nicht. Oh. 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 Tschüss. Was ist denn mit dem Schildhaberer? Hast du gleich. Ich bin down. Jetzt bin ich gestorben, Bruder. So. So. Achtung! Da kommt sie! Habt ihr auch mehr davon. Auf sein Schild. Aha! Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Oh. Was ist das? Achso, das ist weg. Sieht so aus. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Du bist eine Spinde. Oh. Komm. 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 Frau, okay. Na gut. Ich bin jetzt. escortig. начал. nicht dass du ein spinnenflüsterer bist ich kenne halt meinen garten was ist mit dir wir finden noch eine zweite komm lass uns los ich kann fliegen ich gehe darauf nicht mehr ich würde hilfe brauchen glaube ich moment vielleicht mit den jetzt nicht drüben ich vermisse es in den wäldern wandern zu gehen das sage ich doch doch noch eine spinne holen wir sie da raus ja du musst das da machen dann kannst du spinne haben ich stehe in dir das sage ich doch na mach schon spinne du kannst gehen die kennen sich nur sprüchen wir beide spielen oben schauen Und jetzt? Jetzt geradeaus laufen. Wie kann ich geradeaus laufen? Also eh so. Äh. Na oben. Nein. Die Kisten brauchen wir. Über dir. Die machte ich noch nie. Die sind gruselig. Über mir? Wie hat man das mit der Spinne gemacht? Oder warst du da schon? Ach so. Cody! Halt dich hier besser gut fest! Jetzt spinnt ihr beide. Äh. Ich glaube da warst du schon. Noch einmal darauf? Ich glaube da warst du schon. Jetzt müssen wir nach unten. Nach unten? Ne, ne jetzt beschlecht dich. Ich muss nach unten. Du musst zu mir. Wie habe ich das gemacht? Ach so habe ich das gemacht. So? Hm. Jetzt zu mir. Knusper, knusper, knusper. Ah. Knusper, knusper, knusper. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich hatte noch nie eine Spinne als Haustier. Ich hatte noch nie eine Spinne als Haustier. Ich hatte noch nie eine Spinne als Haustier. Ja, habe ich ja nicht gesehen. Ja, habe ich ja nicht gesehen. Habe ich ja noch nicht gesehen. Habe ich doch nicht gesehen. Ich auch nicht. Bin auch blind. Bin blind auf beiden Augen. Auf beiden? Mhm. Äh. Oh oh. Wo können wir hin? Hat er? Hör auf der Tour. Du, 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 du. Und tschüss. Äh. Und tschüss. Blub. Ich mache Hulu zu, wie sie läuft. Und Gigi. Jetzt muss man sich merken alles. Ich guck. Jedes Mal ist eine andere Taste und ja. Wieso? Na, heb deine. Flügel. Die nun schießen. Die nun schießen jetzt immer die gleiche Taste. Nee. Es ist kaputt. Oh. Oh. Das ist kaputti gemacht. Was? Ich hab gar nix kaputt gemacht. Netz. Äh. Äh. Hör auf. Es ist klappt. Was hat sie geklappt? Verdammt schafft. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Das ist gut. Hm. Oh nein. Wir haben es nicht geschafft. Hm. Oh nein. Oh nein. Ich bin klar okay. Jupp. Jetzt? Doch einfach nach oben, glaube ich. Äh. 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 May, kannst du es wegwaschen? Ich verstehe. May, kannst du es wegwaschen? Schau mal zu mir. Ah, warte mal. Was? Schau mal zu mir. Ich schau, ja? Na, zu mir. Denk hörst du zu mir. Dann musst du was darüber. Ja, wegen dem muss ich trotzdem darüber, oder? Ne, du musst doch hier den Schleimwerk machen, glaube ich. Mit deinem Wasser. Mit dem Wasser. Ach so, mit meinem Wasser. Oh. Du bist gut. Sonst komme ich nicht durch. Oh. Oh. Na, und warum geh ich jetzt nicht? Äh. Moment, ich muss da zuerst einmal rübertreffen. Hm. Also klappt es nicht. Wir müssen weiter runter. Noch weiter runter. Äh. Jetzt da, ne? Da bin ich noch ein Stück weit davor. Noch ein Stück. So. Wo bist du jetzt? Ich bin auf der anderen Seite. Ich geh halt einmal... Bin ich da richtig? Jo. Wo ist die Jury Alfred? Das ist das oder deficley, das ist dasú.